Willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Ich klaue den Namen einfach von Gatwin, weil ich extrem kreativ bin. Nein, warum ich dieses Video mache, ist es mir echt peinlich. Ich muss es ehrlich gesagt zugeben, es ist mir wirklich peinlich. Ich habe wirklich alle Maßnahmen getroffen, um mein Skyrim davor zu hindern, sich zu updaten. Und da habe ich wohl einen falschen Klick gemacht, weil ich habe mir das Creation-Kit runtergeladen für Skyrim Special Edition. Und dann hat es irgendwas verschoben. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Ich hätte eigentlich nur eine Einstellung an irgendeinem Inifile ändern müssen, dann hätte es funktioniert. Aber ich, Idiot, habe glaube ich aus Versehen den Launcher gestartet. Aus welchen Gründen auch immer, fragt mich nicht. Und dann war ich kurz auf dem Klo und habe mir nichts Böses dabei gedacht. Und dann kam ich zurück an meinen PC und dann stand unten, Glückwunsch, Skyrim hat sich geupdatet. Und ich saß davor und dachte, guter Scherz, versuche Skyrim zu starten. Ganze Mod-Liste genuket. Oder besser gesagt, alles, was mit SKSE zu tun hat, genuket. Ja, jetzt habe ich dann, dann habe ich, war am Sonntag, dann habe ich den ganzen Abend am Sonntag damit verbracht, die Mod-Liste irgendwie zu retten, was komischerweise geklappt hat. Also ich habe jetzt die neue SKSE-Datei runtergezogen und mir noch ein paar andere Mods runtergezogen. Also ich habe jedenfalls das Safe ohne Fehlermeldung wieder zum Laufen gebracht, was also heißt, ich kann theoretisch weiterspielen. Keine Ahnung, wie stark es mir das Safe und alles zernichtet hat. So wie es aussieht bei meinem Test, es läuft, es ist alles da, meine Begleiter sind da, meine Ausrüstung ist da. Es sind ja zum Glück viele Mods drin, die nicht von SKSE abhängig sind. Also die funktionieren auch unter der Anniversary Edition, das es ja jetzt ist, also eigentlich mit dem Gratis-Update. Keine Ahnung, ich habe mich auch ein bisschen schlauer gemacht bezüglich Unofficial-Patch, da gibt es auch einen, der natürlich auch das ganze Zeug abdeckt vom Creation Club. Einig, bis jetzt bin ich ja darauf nicht gestoßen, sollte eigentlich trotzdem laufen, wer weiß, ich bin gespannt. Keine Ahnung, was alles da mit sich kommt, keine Ahnung, aber jedenfalls habe ich das Spiel wieder zum Laufen gebracht. Aber ich musste einige Mods austauschen, ein paar SKSE-Dinger konnte ich austauschen gegen das gleiche Äquivalent, das eigentlich das gleiche macht, einfach anders heißt. Und da bin ich schon mal glücklich drüber. Es gibt aber zwei Mods, die ich nicht mehr zum Laufen gebracht habe. Das erste ist das SKSE-Plugin Difficult Balance, Difficulty, also das heißt, dass meine Begleiter gleich viel Schaden machen wie ich. Ich habe jetzt mal geschaut, ob ich das ein bisschen, ich habe jetzt mal Wildcat angewiesen, den Schwierigkeitsgrad zu regeln. Vielleicht hilft das noch ein bisschen, die Begleiter auszunormalisieren, wer weiß. Ich weiß es nicht, man wird es in der Zukunft sehen. Und das Animationspack, das läuft auch nicht mehr unter der neuen AE-Version. Also das heißt, dass er den Dolch so lustig geschwungen hat oder das Schwert und die Axt, die ihr beim König des Nordens zum Beispiel gesehen habt. Diese doch ein bisschen besser aussehenden First-Person-Ansichtsdinger, das kriege ich nicht mehr zum Laufen, solange da nicht geupdatet wird für die neueste AE-Version, was zur Zeit wohl nicht so aussieht. Ich bin aber der Meinung, damit kann man leben. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Also unter uns gesagt, eben der Drachenpriester, den ich ja noch ein bisschen länger laufen lassen möchte, der benutzt ja eh keine Schwerter. Also sehen tut man da sowieso nichts. Und der nächste Charakter, den ich spiele, der benutzt auch keine Waffen. Also von dem her kann man hier eigentlich sagen, konnte ich... Ah ja, und was ich auch nicht zum Laufen gebracht habe, genau waren die Farben bei den Map-Markern. Da habe ich mir jetzt einen neuen geholt. Der sieht da ein bisschen anders aus. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass der ein bisschen anders aussieht, aber ist eigentlich sonst nicht viel passiert. Ich bin mal gespannt, wie weit das es geht. Und ich bin eigentlich nur ein bisschen sauer auf mich selber, wie man so doof sein kann, da drauf zu klicken. Aber Domite wird halt immer bestraft. Und ich wollte zwar zuerst downgraden, aber das hat bei mir dann trotzdem irgendwie nicht funktioniert, weil irgendwie mein Keyboard da nicht mehr erkannt wurde. Und wir fügen uns, oder ich füge mich jetzt in mein Anniversary-Edition-Schicksal rein. Habe jetzt trotzdem nochmal alles gelockt, dass es jetzt bei der Version bleibt, egal was passiert. Und ich hoffe, das ist die letzte Anniversary-Editions-Update-Zeugens, das da kommt. Und da nicht irgendwann die Ultra-Gold-Edition kommt, die nochmal eine neue Version mit sich bringt. Und das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ich würde deswegen nicht verwundern, dass beim nächsten Mal es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ich glaube, ich habe die Grafik eigentlich wieder so eingestellt, wie vorher. Ist mir jetzt irgendwie nicht aufgefallen, das wäre die schlechter oder besser. Aber falls euch was auffällt, einfach könnt ihr das ruhig in die Kommentare schreiben oder so. Aber sonst ist es auch nicht so schlimm. Für mich ist eigentlich wichtig, dass ich das Safe zum Laufen gebracht habe und ich keine Fehlermeldungen im Safe selber bekomme. Und das ist ja schon mal viel wert. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch jetzt jedenfalls noch viel Spaß mit allem Möglichen. Und würde sagen, peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.